Ja, einen schönen guten Abend. Ich denke, wir fangen mal an, auch wegen des Livestreams. Mein Name ist Jan van Aken. Ich bin der außenpolitische Sprecher der linken Bundestagsfraktion. Und ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass wir die drei Gäste heute hier bei uns haben aus Rojava. Neben mir sitzt Sina Mohamed. Sie ist die Co-Vorsitzende des Volksrates des Kantons Shizir. Er ist der Außenminister des Kantons Shizir in Rojava, aber er hat auch das Mandat, für alle drei Kantone zu sprechen. Und Bassan Ishaq, der auch für die syrische, assyrische Community in Rojava spricht. Wir haben die Problematik hier, dass Bassan Ishaq Assyrer ist, der eben kein Kurdisch spricht, deswegen auf Arabisch sprechen wird. Und das wird ins Deutsche übersetzt. Das heißt, das, was Bassan sagt, wird es nicht auf Kurdisch geben. Ich hoffe, das geht in Ordnung, jetzt in drei Sprachen zu übersetzen. Das würde mich auch intellektuell überfordern. Gut, wir fangen so an, dass es jetzt von jedem der drei ungefähr zehn Minuten plus Dolmetschung, also entsprechend ein bisschen mehr, ein Beitrag geben wird über die aktuelle Situation in Rojava, auch die politische Situation. Und danach werden wir dann ausreichend Gelegenheit haben, auch für Fragen und Antworten aus dem Publikum. Das wird anfangen. Salah Gedo, der als jetziger Außenminister von Rojava, oder genauer gesagt des Kantons Shizir, kurz die Situation schildern wird, wie sie momentan in Rojava ist. Und das ist, was wir sehen, Mianzine ist. Als erstes im Namen der Verwaltung der drei Kantonen heiße ich Sie herzlich willkommen. Wie bekannt ist, wir sind aus der Heimat hierher gekommen vor einigen Tagen, um zu Ihnen zu sprechen? Ich denke, dass Sie alle täglich, einige von Ihnen vielleicht stündlich die Situation in Syrien und die Situation der Bevölkerung Syriens mitbekommen, was da geschieht, was vor sich geht. Wie Sie wissen, die Revolution ist in Ihrem vierten Jahr gekommen. Es sind Zehntausende von Menschen umgekommen. Es sind Millionen als Flüchtlinge im eigenen Land oder außerhalb des Landes. Hunderttausende von Menschen werden Gefangene gehalten. Die wirtschaftliche Situation ist außerordentlich miserabel und sehr instabil. Die Situation der Menschen und die Betreuung der Menschen ist sehr instabil. Und wir als Bewegung in Rojava, wir waren von Beginn an mit der Revolution, allerdings mit der friedlichen Revolution, dass das mit friedlichen Mitteln vorangetrieben wird. Dann von Beginn an hatten wir die Befürchtung, dass eine bewaffnete Auseinandersetzung wird unsere Heimat genau zu dem Punkt bringen, zu dem unsere Heimat heute gekommen ist. Und Sie alle bekommen mit Sicherheit mit, was derzeit in Syrien im Allgemeinen und in Rojava insbesondere vor sich geht. In diesem Fall haben wir die Befürchtung, in der Zeit in der Zeit in der Zeit, die Befürchtung und die Familie, die Befürchtung und die Befürchtung. Und die Menschen, die die Menschen für Ungläubige erklären, und sie als Freiwild bezeichnen, die die Kinder töten, die die ältere Menschen töten. Auf der anderen Seite ist das Regime mit seinem System, mit dem, was er gegen die Bevölkerung dort tut. So wie vorhin auch erwähnt, dass das Regime Fässer benutzt, Pulvervolle Fässer benutzt gegen die eigene Bevölkerung. Damit einfach diese Situation, wie in der Ressort in Hama, in Aleppo und in vielen anderen Orten nicht auch zu uns kommt, haben wir versucht, in unserer Region eine andere Lage zu erreichen. Damit wir eine starke politische Kraft erreichen können, Wie Sie alle wissen, haben wir vor fünf Monaten eine selbstverwalterische Region dort ins Leben ausgerufen. Und diese Führung ist an sich entstanden mit Hilfe und mit Zustimmung aller Elemente, aller Beteiligten dieser Region, ob es Kurden sind, Assyrer sind, Syrianis, Armenier, Araber und Turkmenen, alle Bestandteile der Gesellschaft in dieser Region sind darin beteiligt gewesen. Dank der richtigen politischen Linie, Dank der Verteidigungskräfte der Region könnten wir in der Lage sein, eine Sicherheit für die Menschen dort zu gewährleisten, eine Sicherheit, die in anderen Regionen dieses Landes nicht vorhanden ist. Wir haben allerdings eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation in Roch. Die vier Grenzübergänge zu Türkei sind geschlossen. Der türkische Staat lässt diese Grenzübergänge geschlossen. Von Dirk begonnen bis hin zu Afrin, ob es jetzt Grenzübergang Semalka ist oder andere Grenzübergänge sind, alle sind geschlossene Seiten des türkischen Staates. Auf der anderen Seite, das Regime auch unterbindet unsere Beziehungen zu den anderen Städten von Syrien. Und das ist die Grenzübergang Seminar. Diese schwierige Situation, in der wir uns befinden, was wir vorhin erwähnt hatten, dass sowohl das Regime als auch die bewaffneten islamistischen Kräfte unterbinden unsere Beziehungen zu den syrischen Städten. Diese Situation, die wir vorfinden, finden wir auf einmal, wenn es um Pläne oder um Kooperationen zwischen der Türkei und Syrien geht, auf Kosten der Kurden, auf einmal ist die Möglichkeit sehr gegeben, dass sie sich einigen und dass sie kooperieren. Trotz der gegebenen Situation wollen wir gute Beziehungen zu den Nachbarstaaten haben, alle Staaten der Region, insbesondere auch der Türkei, mit der wir eine sehr lange Grenze haben. Wir haben mehr als eine Delegation in die Türkei gesendet und haben mit ihnen verhandelt, deren Verantwortliche getroffen und mit ihnen Gespräche geführt. Wenn wir irgendwelche Fortschritte, Vorteile für Rojava finden, sind wir bereit, hunderte Male Delegationen hinzuschicken, die mit ihnen ins Gespräch kommen. Wie Sie wissen, wir wollen gute nachbarschaftliche Beziehungen zu dem türkischen Volk haben. Und wie Sie wissen, dass seit hunderten von Jahren die beiden benachbarten Völker gut zusammenleben und diese guten Beziehungen zu denen wollen wir weiter pflegen und vertiefen. Wir wollen die beiden können in die Türkei lottery-Demokratie-Kurdistan etwas hinun. Die Türkei stimmen und die Türkei nicht nur an, zwei Bäume zu halten, mehr allen Büchern und das Türkei, die Türkei nicht nur die Türkei nichtwellen. Wir können zu сожалению es zu haben, dass uns die Türkei nicht nur die Türkei nicht den Türkei nicht besonderer, sondern wir können diese Türkei nicht nur die Türkei nicht zur Türkei nicht insufft. Auf der anderen Seite wollen wir selbstverständlich gute und freundschaftliche Beziehungen zu der Demokratischen Partei Kurdistans in Südkurdistan haben. Wir wollen so, wie wir gute Beziehungen zu den anderen Kräften haben, wie die Patriotische Union Kurdistan, Goran und die islamischen Parteien dort und weitere Parteien, die in Südkurdistan vertreten sind. Allerdings stellen wir fest, dass in der letzten Zeit die Beziehungen zu der Demokratischen Partei Kurdistan nicht einfach sind. Wir sind daran sehr interessiert und es ist im Interesse der Bevölkerung von Rojava, dass wir gute Beziehungen zu der Demokratischen Partei Kurdistan pflegen. Allerdings müssen die Interessen der Bevölkerung in Rojava respektiert werden und im Interesse der Bevölkerung dort diese Beziehungen sein. Und wir rufen alle Parteien in allen Teilen Kurdistans, auch auf der ganzen Welt befreundete Parteien und Institutionen, die ihren positiven Beitrag dazu leisten, damit eine positive Lösung hier zustande kommen kann. Und diesen Aufruf oder diese Bitte haben wir auch an viele Parteien in Südkurdistan gerichtet. Weiterhin rufen wir Herrn Masoud Barzani auch dazu auf, dass Autobahnen zwischen den beiden Teilen Kurdistans entstehen und nicht irgendwelche Gräber. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Salah Gedeau. Jetzt gebe ich das Mikrofon an Basan Isak, der vor allem auch über die internationalen Kontakte und Initiativen spricht. Ich heiße alle Anwesenden hier herzlich willkommen und freue mich über Ihr Interesse über die Situation in Syrien und über die syrische Frage. Ich möchte als erstes sagen, Ich möchte mich als erstes vorstellen. Ich heiße Basam Isak. Ich bin ein syrischer Oppositioneller. Ich habe lange Jahre in Damaskus als Direktor von einer Menschenrechtsorganisation gearbeitet und wir haben fünf Jahre lang war mir untersagt, dass ich das Land verlassen darf. Wir haben daran gearbeitet, dass wir einen Nationalrat in Syrien gründen und auch eine Rettungskommission oder ein Rettungskomitee für die Situation dort wollten wir gründen, kreieren. Allerdings waren wir nicht erfolgreich und nicht geglückt und dann haben wir in Istanbul Ende 2011 einen syrischen Nationalrat gegründet. Ich bin auch von der Stadt Amuda in der Schmall-Schritte in Syrien und bin in 2003 und 2007 in der Regierung in Syrien. Ich konnte mit den Anwesenden in der Stadt Al-Qamischli und der Jazeera in der Stadt der Städte, in 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 der Städte. Ich selber bin aus der Stadt Amuda und ich war Kandidat im Jahre 2003 und 2007 für das syrische Parlament. Ich war in mehreren Kooperationen in der Region Jazeera und in Khamischli und habe gute Beziehungen und gute Zusammenarbeit dort geleistet. Als wir den syrischen Nationalrat gegründet haben, das sollte an sich ein Schirm für alle Kräfte da sein, die die friedliche Revolution unterstützen. Das heißt, die Revolution mit friedlichen Mitteln unterstützen. Und die Hauptelemente oder die Hauptforderungen waren, dass wir Freiheit erlangen wollten, dass wir die Würde haben wollten und die Einheit. Es war selbstverständlich klar, warum die Bevölkerung Syriens die Freiheit und die Würde erlangen wollte. Aber wieso wollten sie die Einheit, obwohl sie ein Staaten und ein Einheitsstaat waren? Das Problem an sich brodelte und war vorhanden. Aber der Staat oder das Regime hat versucht, immer unter dem Tisch zu kehren bzw. zu denken. Dann wusste man, dass, ob es jetzt die arabische Prägung oder die islamische Prägung ist, dass diese nicht von der gesamten Bevölkerung Syriens, sondern die Vielfältigkeit, die unterschiedlichen Nationen und Ethnien, die dort sind, sind es halt nicht alle Araber und Muslime. Und die Aufgabe uns als Oppositioneller war, diese Forderungen nach Freiheit, Würde und Einheit in politische Forderungen und politische Tätigkeiten zu übersetzen. Und alle Dokumente, die die Gründung von Syriischen Nationalkongress belegen, zeigen, dass wir die Hauptforderungen waren, die Demokratie, eine Zivilgesellschaft, und Demokratie, eine Zivilgesellschaft und Vielfältigkeit. Und der Syrische Nationalrat oder die Syrische Nationalkonferenz hat die meisten Leute in seiner Leistung aufgenommen, die außerhalb des Landes lebten, also die im Ausland gingen. Wie gesagt, die Mehrheit derer, die in der Leitung waren, waren syrische Flüchtlinge, die im Ausland waren, die auf die Gelegenheit gewartet haben, das, was sie fordern, in die Tat umzusetzen. Das Problem lediglich war, dass diese Leute fern waren von der Realität in Syrien und fern waren von der Revolution an sich. Und das Ziel anscheinend war es, um an die Macht zu kommen. Jedoch die syrische Revolution ist nicht deshalb entstanden, um an die Macht zu kommen. Denn die Revolution ist dafür entstanden, um einen neuen Staat zu gründen. Ein Staat, in dem demokratische Verhältnisse sind, in dem die Vielfältigkeit sich widerspiegelt. Leider war es so, dass die Kämpfe innerhalb der Leitung dieses Syrischen Nationalkongresses es waren hauptsächlich bestimmte Positionen zu belegen, innezuhaben. Und die Forderungen, die da waren, sind es eher zu leeren Forderungen geworden, die nicht in die Tat umgesetzt worden sind und die nicht mit Inhalten gefüllt worden sind. Und die syrische Revolution entwickelte sich zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen zwei Kräften. Und die zivile Revolution ist vernachlässigt worden. Und als diese bewaffneten Auseinandersetzungen waren, also zwei frontale Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Kräften, dann waren unsere Leute in Afrin, in Kobani, in Hasaka, waren Opfer dieser Auseinandersetzungen. Und viele christliche Oppositionelle, die in der Region Hasaka waren, sind aus den friedlichen Demonstrationen heraus katapultiert worden. Dann die Forderungen und die Parolen, die gerufen worden sind, sind es hauptsächlich religiöse, islamistische Parolen gewesen. Und nach einer Weile sind diese Oppositionelle Opfer von Gewalt geworden und sie mussten auch diese Region verlassen. Ich habe um Hilfe bei der syrischen Opposition gebeten, jedoch könnten sie uns keine Hilfe zukommen lassen. Es war erforderlich, dass wir praktische Schritte unternehmen, um unsere Bevölkerung, aber auch andere Bevölkerungsteile zu schützen. Dann hatten wir als Konsequenz zwei Probleme. Das Problem der Sicherheit und der Identität. Und das Problem der Abwesenheit des demokratischen Musters, welches die syrische Revolution zum Ausdruck hätte bringen sollen. Wir haben oft Forderungen an die syrische Opposition gestellt, dass sie einen runden Tisch gründen, dass sie zusammenkommen, um eine syrische Gesellschaft oder die syrischen Forderungen dort zu behandeln. Denn wir als Minderheit hatten von Beginn Angst und Befürchtung um unsere Situation. Deshalb wollten wir, dass Syrien zuerst die Vielfältigkeit bekommt, bevor sie demokratisch wird. Jedoch die politische Opposition im Ausland hat mehrheitlich oder zum größten Teil unsere Forderungen vernachlässigt oder gar nicht berücksichtigt. Aber das Problem der Antwort, die wir mit den anderen Städten in der Stadt haben, ist, dass wir mit den anderen Städten in der Stadt starten, dass wir die Lösung für dieses Problem, das wir haben. Es hat jedoch etwas Positives dort sich ergeben und entwickelt, dass wir mit den anderen Partnern in der Region haben in Verhandlungen und in Gespräche kommen können und dass wir praktische Schritte haben miteinander überlegen und in die Tat umsetzen wollen. Es hat dann einen Rundertisch gegeben und an diesem Rundertisch haben wir gemeinsam über die Zukunft der Region gesprochen, ob es jetzt Kurden, Araber, Assyrer, Armenier, Tschetschenen und so weiter alle Elemente, die dort waren. Und wir haben gemeinsam überlegt und uns unterhalten, wie können wir uns gegen die Angriffe der Islamisten, ob es An-Nusra ist oder Daesh ist. Und nachdem wir uns geeinigt haben, haben wir die Selbstverwaltung in den Regionen Afrin, Kubani und Jazir ausgerufen. Und das war am 21. Februar 2014. Und wir haben diesen Gesellschaftsvertrag unterstützt aus mehreren Gründen. Erstens, weil es ein gemeinsames Dokument war. Das heißt, alle Beteiligten haben daran gearbeitet. Dieses Dokument anerkennt zum ersten Mal drei offizielle Sprachen in der Region Al-Jazira. Die kurdische, die arabische und assyrische Sprache. Das ist das erste Mal seit 3000 Jahren, dass meine Sprache, die assyrische Sprache, offiziell anerkannt wird. Selbstverständlich, diese Dialoge waren nicht einfach. Sie waren transparent, sie waren ernsthaft. Und wir haben auch die kritischen Punkte erörtert und darüber gesprochen, das, was vor 100 Jahren geschehen ist. Jedoch haben wir uns gegenseitig vergeben und wir haben eine gemeinsame Zukunft vereinbart. Und der Muster, den wir vorschlagen und anbieten, ist absolut kein Separatismus. Das sagen wir ganz offen. Jedoch der Weg, der die Revolution begann hat, ist die Anerkennung der Vielfältigkeit. Dass es verschiedene Elemente dieser Gesellschaft da sind. Hinzu kommt es, dass wir sagen, dass die Frau eine wesentliche Rolle hat. Und dass diese sich nicht in symbolischen Gegebenheiten, so wie das Regime tut oder so, wie die Opposition im Ausland zustande bringt. Ich will nicht lange bei Ihnen sprechen. Vielmehr möchte ich zum Ausdruck bringen, dass derzeit drei Visionen, drei Vorstellungen in Syrien vorhanden sind. Die erste Vision sagt, dass in Syrien eine neue Vorstellung ist, dass eine religiöse Syrien sein soll. Und die zweite Vorstellung ist, dass eine nationalistische Stadt bzw. in einigen Staaten zerfällt. Und wir haben die dritte Vision oder die dritte Vorstellung, dass Syrien die Vielfältigkeit und demokratische Verhältnisse bekommen soll. Und das ist, wofür wir uns einsetzen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe eine ganz konkrete kurze Nachfrage dazu. Vielen Dank für die Frage. Assyra hat es ja in sehr vielen verschiedenen Gegenden in Syrien gegeben, die dort dauerhaft gelebt haben. Ist es jetzt so, dass viele von denen auch in die Region Rojava ziehen, wegen der Sicherheit dort? Oder ist das nicht so? Also, die Assyrien oder die Syrien sind in unterschiedlichen Monativen in Syrien. So ist das so, dass die Syrien in den anderen Monativen auch in der Region Rojava kommen, oder ist das nicht so? Nein, das ist nicht so. Nein, dem ist es nicht so, denn wir wissen, dass Assyrer und Kurden in verschiedenen Regionen Syriens sind. Und wir wollen auch, dass sie nach wie vor dort bleiben und dass sie dort ihre Würde, ihre demokratische Rechte bekommen. Nicht nur die Assyrer und die Kurden, viele Bestandteile der Gesellschaft Syriens. Ja, vielen Dank. Und damit hat das Wort jetzt Sinan Mohamed. Jetzt Co-Vorsitzende des Volksrates von ganz Rojava. Vielleicht auch ein bisschen über das ganz konkrete Leben im Moment sagt, also das, was San Isak gerade gesagt hat, die Einheit mit der Vielfalt. Wie sieht das eigentlich ganz konkret im Moment unter den Bedingungen des Embargos in Rojava aus? Also, wenn Sie die Einheit mit dem Bedingungen des Embargos in Rojava aus? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank. Guten Abend. Herzlich willkommen. Alle Anwesen. Vielen Dank. Herr Jan. Vielen Dank. Herr Jan. Vielen Dank. Herr Jan. Bepfer, dass ich auf die Frage von Herrn Jan eingehe und über die wirtschaftliche Situation dort spreche, würde ich gerne, es ist zwar kurz darauf eingegangen, jedoch nicht zu vertiefen. Ich würde gerne auf die Rolle der Frauen eingehen, denn wir Frauen müssen zuerst unsere Rechte einfordern, ansonsten die anderen würden nicht unbedingt das tun. Das passt. Das passt. Ich möchte, dass die Frau eine große Rolle in der Revolution in Syrien und in Rojava gespielt hat. Ich möchte, dass die Frau eine große Rolle in der Revolution in Syrien und in Rojava gespielt hat. Auch in der Revolution in Tunesien und Ägypten waren die Frauen an der ersten Front. Als aber ein politisches Abkommen gegeben hat, haben wir feststellen müssen, dass die Frauen nochmal zurückgedrängt worden sind. Wir sind dabei, in Rojava-Kurdistan ein demokratisches System aufzubauen. Wenn ich über ein demokratisches System rede, heißt es, dass wir im Kopf, in das Denken eine Veränderung herbeiführen müssen. Eine neue Denkweise heißt es, dass die Frau eine wesentliche Rolle haben soll und sie muss die Entscheidungen mitmachen und mittreffen. Wir wollen nicht, dass es dabei bleibt, dass die Frau lediglich als eine leere Figur dasteht oder als eine Galleonfigur dasteht. Vielmehr muss sie die Entscheidungen mitkriegen, sie muss mitentscheiden und an den Entscheidungen selbst beteiligt sein. Deshalb in diesem demokratischen System müssen die Rechte der Frauen gewahrt sein müssen die Rechte aller Nationen dort gewahrt sein. Wir sehen dann, dass die salafistischen Gruppen, die islamistischen Gruppen, wenn sie Rojava-Kurdistan angreifen, greifen sie vor allem die Frauen an. Viele Frauen sind dort entführt worden und ermordet worden. Daher war erforderlich, dass eine Schutz- bzw. eine Verteidigungsgruppe aus Frauen bestehen gegeben sein muss und ist es dem auch so. Und diese Kraft und diese Selbstverteidigung heißt YPJ. Und diese Kraft und diese Selbstverteidigung heißt YPJ. Diese verteidigen unser Volk, aber vor allem verteidigen sie die Frauen und ihre Rechte. und gegen die extremistischen Kräfte und gegen die extremistischen Kräfte, die die Frauen angreifen. Das heißt, sie schützen sich selbst und sie verteidigen sich selbst. Und diesen gegen diesen islamischen Kalifatstaat oder einen islamistischen Staat haben sie in Raqqa, in der Region Raqqa gegründet? In der Stadt Raqqa sind es viele Sachen für die Frauen verboten, also es ist der Frau untersagt, vieles zu unternehmen. Zum Beispiel, die Frau darf nicht alleine auf die Straße gehen. Die Frau darf kein Auto führen. Die Frau kann ohne Schleier gar nicht auf die Straße gehen, sie muss ganz verschleiert sein. Die Frauen dürfen nicht auf Internet sitzen. Die Frauen müssen blind werden. Daher müssen wir gegen diese Kräfte sein. Wir müssen gegen diesen Gedankengut sein, welches gegen die Menschheit an sich ist. Wir sind gegen diesen Gedankengut, welcher gegen die Demokratie ist. Wir sind gegen die, die die Rolle der Frau vernichten bzw. eliminieren wollen. Deshalb diese Gruppen, diese Terrorgruppen, wenn sie Raqqa angreifen, sie haben Angst vor den Frauengruppen, also vor diesen YPG-Gruppen. Nicht, weil die Frauen kräftiger sind oder so kraftvoll sind, sondern weil sie einen besonderen Gedankengut haben. Wenn die Frauen umbringen, dann gehen sie sofort ins Feuer, in die Hölle. Wenn die Frauen umbringen, dann gehen sie sofort ins Feuer, in die Hölle. Aber diese Leute sind jedoch gekommen, um ein Mörtyrer zu werden und ins Paradies zu gehen. Sie sind gekommen, um zu sterben und ins Paradies zu gehen, während unsere Frauen sie in die Hölle schicken. Sie wollen einfach zeigen, dass die Frauen minderwertig sind und diese Minderwertigkeit wollen sie zeigen. Und deshalb, wenn sie von Frauen umgebracht werden, gehen sie ins Feuer, in die Hölle. Jedoch die Selbstverwaltung in Rojava, Kurdistan ist es so, dass die Frau überall ihre Rolle spielt und ihre Rechte bekommt. Sie hat im politischen System ihre Rolle bekommen. Sie hat im sozialen System ihre Rolle bekommen, auch im ökonomischen. Der Vorsitzende vom Wirtschaftskomitee, also sowas wie Finanzminister, ist eine Frau. Denn die Frau ist die Frau, die am besten mit dem Geld umgehen kann und haushalten kann. Aber der Mann, der da vorsteht, sagt immer, ich bin derjenige welcher, der das gewandt kann. Und das trifft ihr jedoch nicht zu. Und im Kanton Afrin, die Ministerpräsidentin ist eine Frau. Ich rufe dazu auf, dass wir diese Frau unterstützen. Überall und auf allen Ebenen muss diese Frau unterstützt werden. Nicht, weil sie nicht in der Lage wäre, dort gut zu führen, vielmehr um zu zeigen, dass die Frau überall in der Lage ist, gut, mindestens so gut wie die anderen zu führen. Daher haben wir ein System Co-Vorsitzenden- oder Co-Präsident-System. Das heißt, wir sagen nicht Mr. President, sondern sagen wir Co-Präsidium. Das heißt, eine Frau und ein Mann sind immer als Co-Vorsitzende oder Co-Präsident. Und das System, das wir fordern, derzeit wird in West-Kurdistan, also in Rojava-Kurdistan implementiert. Bezüglich der Frage von Herrn Jan, was Embargo in Rojava-Kurdistan anbelangt. Es gibt ein harter Embargo gegen die drei Kantonen. Es sind fast drei und verschiedene Embargo-Systeme, die gegen unsere Region sind. Einmal von Seiten der ISSS, hatten wir das genannt, also diese islamistische Scham- und Irak-Kalifat, dann seitens des Assad-Regimes und auf der anderen Seite nennen wir einfach die Grenze zu Türkei. Das heißt, es ist ein wirtschaftliches Embargo, welches zum Ziel hat, dass die Bevölkerung dort kein richtiges Leben führen darf. Und sie wollen nicht, dass diese Erfahrung eine erfolgreiche Erfahrung ist und ein Beispiel für andere Regionen werden könnte. Daher haben sie eine wirtschaftliche Sanktion in den rare Regionen verhängt. Die Grenze zu Türkei ist völlig geschlossen. Die Grenze zu Südkurdistan ist verschlossen. Die Grenze zu Südkurdistan ist verschlossen. Das heißt, unsere Leute können nicht in die großen Städte wie Damaskus, Aleppo, um die Alltagsgeschäfte, ob es jetzt medizinische Versorgung ist oder andere Arten von Versorgung sind, in Anspruch zu nehmen. Sie können an den Universitäten des Landes nicht studieren. Sie werden dort daran gehindert. Vor kurzem ist ein Englischlehrer in die Region gekommen, also wollte in die Region kommen, Daesh. Das heißt, diese islamistischen Kräfte haben ihn festgehalten und ihn abgeköpft. Daher haben wir in Rojava an sich eine sehr schwierige Situation. Dort werden zum Beispiel viele Frauen verschleppt, vergewaltigt und ermordet. Daher ist die Bewegung von einer Stadt zu der nächsten sehr mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Daher rufen wir Europa dazu auf, Kurdistan zu unterstützen. Wir rufen dazu auf, dass alle Bevölkerungsteile in Rojava unterstützt werden. Ob es Kurden, Araber, Assyrer, Turkmenien, welche Volkszugehörigkeit sie immer haben mögen. Wir wollen nicht lediglich Geld als Unterstützung, vielmehr, dass dort Projekte implementiert werden. Viele unserer Leute fliehen ins Ausland, weil keine Arbeit vor Ort vorhanden ist. Daher ist es erforderlich, Projekte dort aufzubauen, damit die Leute Arbeitsplätze schaffen können. Dann bis dato. Es sind schon drei Jahre über die Revolution vergangen. Wir sind im vierten Jahr der Revolution. Trotzdem hat es noch keine Lösung für die Situation in Syrien und in Rojava gegeben. Wir sind zu der Ansicht gelangt, dass nach dem Scheitern von Genf 2 und nach drei Jahren Auseinandersetzungen, dass wir neue Ideen, neue Lösungen finden müssen. Wir haben jetzt eine kurdische Initiative ins Leben gerufen. Der Aufruf ist es, dass alle Oppositionsgruppen aus Syrien zusammenkommen und an einem Tisch sitzen. In Syrien. In Syrien. Nicht im Ausland. Nicht im Ausland. Dann kann die Lösung der syrischen Frage nur im Inland stattfinden. Daher rufen wir alle Kräfte aus. Ob es Alawiten sind, ob es Araber, Assyrer, Turkmenen, Kurden. Alle Kräfte führen wir dazu auf, dass wir gemeinsam kommen und uns zusammensetzen, damit wir eine Lösung für Gesamtsyrien finden können. Dass das zu einer Konferenz führen soll, aus dieser Konferenz soll ein Komitee entstehen, welches dann als Vertretung sein kann, ins Ausland gehen kann, die Anerkennung verlangt und bekommt sowohl mit den Vereinten Nationen und anderen Staaten als auch mit der Arabischen Liga. Daher wird die kurdische Opposition eine Afangat-Rolle bekommen, um die gesamtsyrische Opposition zusammenzubringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir werden gerne Ihre Fragen beantworten. Ja, vielen herzlichen Dank. Bevor ich für Fragen aus dem Publikum öffne, habe ich selbst zwei Fragen. Die erste Frage ist ganz banal, wie seid ihr hergekommen? Als wir mit einer Delegation aus Deutschland im Januar nach Rojava reisen wollten, da hat es Tage gedauert bis wir überhaupt einen Weg gefunden haben. Wir mussten denn durch den arabischen Teil Iraks über Al-Yarubiyya einreisen, zurück über Simalka. Wie seid ihr unter die Bedingungen des Embargos ausgereist? Wenn ihr einen der Minister in die Reise mit der Beziehung verletzt habt, dann kam die Aufmerksamkeit mit einem vierten Land und nur einem Karab. Hatten wir sie durch den Arabischen Teil Irak einreisen, sondern mit einem iraqi-Arabi und eine Arabisch verletzt haben, aber in der Karab. Auch das ist es so, aber wir waren auch. Und die zweite Frage, als wir im Januar dort waren, waren Wahlen in der Planung für den Sommer innerhalb von Rojava in den drei Kantonen. Was ist momentan der Stand der Vorbereitung für die Wahlen? Wer möchte antworten? Wer möchte antworten? Wer möchte antworten? Als erstes, als die Delegation im Januar zu uns kam, kam sie über die Grenze Iraks, über Tilkochar. Kurze Zeit darauf wurde geschlossen. Derzeit ist nochmal eröffnet worden. Bezüglich der Wahlen haben wir die Wahlen auf vier weitere Monate verschoben. Ende August soll das stattfinden. Dann werden wir nichts, wenn keine Besonderheiten noch kommen. Diese Wahlen werden transparente demokratische Wahlen sein. Diese Wahlen werden offen sein für die westlichen Beobachter aus westlichen Ländern. Wer kommt, ist herzlich eingeladen, um zu kommen und als Beobachter dort teilzunehmen. Vielen Dank, dann eröffne ich... Ich habe drei Fragen. Meine Fragen sind für die Dame... Frau Sinam hat davon gesprochen, dass die JPEG, also das heißt die Kräfte zur Unterstützung des Volkes dort oder Verteidigung des Volkes dort, sind an sich offen für alle Bestandteile der Gesellschaft. Das heißt, alle Ethnien, Nationalitäten, Religionen, Zugehörigkeiten können da rein teilnehmen und können Mitglieder dieser Kräfte werden. Jedoch gibt es der Vorwurf, beziehungsweise wird gemunkelt, dass eine bestimmte Kraft, eine bestimmte Bewegung ist diejenige, die das beherrscht. Was sagen Sie dazu? Ich würde sagen, dass wir mehrere Fragen sammeln und dann antworten. Sie haben das Wort. Wir sehen und lesen und hören in den unterschiedlichen Medien auch, dass Salafistische Gruppen, Terrorgruppen gibt es, die in der Region tätig sind. Viele von diesen sind es auch Ausländer. Aus dem Ausland kommen sie in Syrien und wollen ihren Dschihad dort fortführen. Unter anderem sind es auch Leute aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern, die da einreisen, eindringen und dort kämpfen. Und die Staaten der Region erlauben ihnen, beziehungsweise unterstützen sie, unterstützen sie auch materiell, das heißt sowohl mit Waffen als auch mit ökonomischer Unterstützung. Was sagen Sie zu diesem Punkt? Herr Salah, was ist das? Ah, pardon. Herr Salah, was ist das? Herr Salah, Gott will es nicht, Gott möge es nicht geschehen lassen. Sollten diese Kräfte, diese fanatischen Kräfte, extremistischen Kräfte tatsächlich die Oberhand gewinnen und dort an die Macht kommen? Was ist das Schicksal der Minderheiten, die Christen, Assyrer, Esidis und Drusen und andere Minderheiten, die da sind? Insbesondere religiöse Minderheiten. Das sind schon mal drei Fragen. Ich werde meine Frage in arabische Sprache stellen, weil meine kurdische Sprache nicht so sehr ausgeprägt ist. Sie als Außenminister der Region, Sie sagen, dass dort die Vielfältigkeit und viel Farbe ist. Es ist wie ein Garten, wie ein bunter Garten dort. Jedoch, wie ist die Meinung der europäischen Staaten, der USA oder deren Unterstützung für dieses Projekt, was Sie dort haben? Vielleicht noch eine letzte Frage dort. Vorletzte Frage. Wir haben jetzt Rutschaktung mit der geopolitisischen Analyse. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage bezieht sich aus Südkoholistan. Wie ich gelesen habe, in der Presse gelesen habe, sind dort sehr viele Hilfsgüter, die nicht über die Grenze gelassen werden. Welche Rolle spielt das Basani-Regime in dieser Situation? Zweite Frage. Sie sagten, dass seitens der syrischen Regierung auch ein Embargo verkündet wurde. Gab es oder gibt es militärische Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee oder werdet ihr in Ruhe gelassen? Beziehungsweise, wie wurde die Badverwaltung nach Hause geschickt? Oder wie ist das vorsichtig gegangen? Gut, jetzt noch eine allerletzte Frage hier und dann gehen wir erstmal in eine Antwortrunde. Ja, das haben sich mehrere noch gemeldet. Wir machen ja eine zweite Runde. Gar kein Problem. Eine machen wir noch hier und dann... Meine Frage ging auch einmal in die Richtung, nach den Gründen eigentlich, warum Basani eigentlich jetzt nicht Rujava unterstützt. Also ich war selber gerade in irakisch und türkisch Kurdistan unterwegs und habe gemerkt, dass in der Bevölkerung also schon ein ganz großes Bedürfnis auch zu helfen ist. Und es würde mich mal interessieren, was die Gründe sind. Das war die eine Sache. Die andere Sache, die noch gar nicht angesprochen worden ist, ist die Rolle der PKK. Also in der Türkei habe ich gehört von vielen Leuten, also gerade von den Kurden, dass sie also sehr gerne unterstützen. Und es sind wohl auch viele DKK-Kämpfer jetzt auf dem Weg, hatten sich wohl auf dem Weg gemacht nach Syrien. Und da würde ich einfach auch mal ein bisschen Infos haben, wie da die Zusammenarbeit läuft und so weiter. Und dann nochmal ganz kurz zur Versorgungssituation. Also was ich auch mitbekommen habe, durch dieses Envaro, was eben rundherum ist. Wie funktioniert überhaupt die Versorgung der Bevölkerung? Ich habe gehört, es gibt keinen Sargut, es gibt keine Rohstoffe. Also es kann nichts produziert werden. Also irgendwie können die Leute ja nicht einfach nur Hummer. Ja, vielen Dank. Zuerst wollte Salih Gido antworten. Ja, das war die eine Frage speziell an Sie. Und zwar nach der Unterstützung, möglicherweise Unterstützung für Daesh, für ISIS durch andere Staaten. Ich vermute, hier ist auch die Türkei gemeint. Und dann waren mehrere offene Fragen. Was mich besonders interessieren würde, ist die Frage nach Basani. Ist es richtig, dass dort Hilfsgüter durch die KDP in Südkurdistan gestoppt werden? Und die Frage zuletzt, warum? Wie können Sie das erklären, die Politik von Basani, das Embargo so aufrechtzuerhalten? Wie können Sie das erklären, die Politik von Daesh und Nusra, oder die KDP in Südkirchen und die KDP in Südkirchen und die KDP in Südkirchen und die KDP in Südkirchen? Das heißt, es gibt nur eine Frage, die KDP in Südkirchen und die KDP in Südkirchen. Das System ist die Europäische Union, die sich in den Städten befinden. Aber die Zeit, die die Gesellschaft und die Gesellschaft haben, die die Gesellschaft und die Gesellschaft haben, die die Gesellschaft haben, die die Gesellschaft haben, und die Gesellschaft haben. Das ist eine große Herausforderung. Bezüglich der Frage der Mujahedin, die ich einfach nenne, weil es sind Extremisten und Fanatisten und so weiter, aber ich glaube, für uns in Deutschland ist es mit dem Begriff Mujahedin besser zu verstehen. Diese Kräfte, die aus dem Ausland kommen, sie kommen tatsächlich aus Großbritannien, sie kommen aus Deutschland, aus Holland, aus Belgien, aus vielen Ländern. Sie missbrauchen leider die Systeme, die in diesem Länder diese Freiheit geben, sie missbrauchen das und kommen dorthin. Es trifft jedoch auch zu, dass die Regionalmächte sie unterstützen und nicht zuletzt auch die Türkei. Die Türkei unterstützt sie offen und transparent, also sie hat auch daraus keinen Hell gemacht, dass sie diese Kräfte unterstützt und ihnen erlaubt. Allerdings ist die Türkei nicht der einzige Stadt in der Region, der das tut. Saudi-Arabien ist nicht minder daran beteiligt, auch Katar unterstützt diese Kräfte nach Kräften. Bezüglich unserer Aufrufe oder unserer Bitte an sich an der ganzen Welt ist nicht zum ersten Mal gewesen und wir haben häufiger an die ganze Welt appelliert, das zur Kenntnis zu nehmen und auch mit der Situation anders umzugehen. Wir sind damit bemüht und damit beschäftigt auch weiterhin zu tun. Vielen Dank. 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 Es war eine Frage. Vielen Dank. 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 Und... Verteidig... der Frauen, dass sie unter Einfluss bestimmter Kräfte, bestimmter Bewegungen und es wurde einfach ein bisschen dunkel darüber geredet. Ich spreche ganz offen und ehrlich darüber. Es ist eventuell gemeint gewesen, ob sie unter Einfluss von PED gewesen sind. Ich sage nochmal und wiederhole es, dass diese Kräfte sind es Verteidigungskräfte, sie schützen die Bevölkerung, die Gesamtbevölkerung von Rojava, ob es Araber sind, ob es Kurden sind, ob es Assyrer sind, welche Bevölkerungsgruppen es da sind, wird die gesamte Bevölkerung verteidigt und wird geschützt. Darum geht es. Und wenn sie in die Verkaufung des Spannungsgerissen haben, was sie verraten, was wissen, was sie verraten, was sie verraten. Ich möchte zur Kenntnis geben. Ich selbst, ich bin eine Co-Vorsitzende oder Co-Präsident von Gesamt-Rushawa, ich bin aber kein Mitglied von PRD. Also ich bin nicht Mitglied dieser Partei, damit es allen klar ist. Und ich sage Ihnen auch ein Beispiel, was dem widerlegt, was vorhin behauptet worden ist. Es gab eine Auseinandersetzung in Serikani, als diese terroristischen Gruppen die Bevölkerung dort terrorisierten, dann die Verteidigungseinheiten des Volkes haben gegen die gekämpft und als die Araber gesehen haben, also die Araber der Region gesehen haben, dass sie geschützt werden von diesen Terrorgruppen, viele Araber sind in diese Einheiten gekommen und haben sich da gemeldet und sind Mitglieder in diese Einheiten geworden. Auch ein weiteres Beispiel von Hasake. In Hasake hat es auch solche Auseinandersetzungen gegeben und die Verteidigungseinheiten haben nicht nur bestimmte Gruppen geschützt und verteidigt, vielmehr sie haben auch die Kirchen geschützt und verteidigt. Deshalb auch waren unsere assyrischen Bruder, also die Christen, die Araber und die anderen haben das gesehen und sind auch dazu beigetreten. Also, wenn man hier in der Region spricht, dann sagt man, Deshalb wiederhole ich, dass die YPG und YPG, also diese Einheiten, Verteidigungseinheiten, die aus Frauen und aus der gesamten Bevölkerung bestehen, sie sind unabhängige Einheiten, sie sind da um die Bevölkerung in dieser Region, das sind national, also für die gesamte Region zuständig, sie sind offen für die Araber, für die Assyrer, für die Kurden mit ihren verschiedenen politischen Richtungen, ist für alle Richtungen auch offen. Deshalb stehen sie nicht unter Einfluss einer bestimmten Gruppierung und bekommen sie auch ihre Order nicht von einer bestimmten Gruppierung. Und YPG und YPG bekommen ihre Order von der Führung, das heißt der Verwaltung bekommen sie ihre Order. Wir haben ein Komitee, ein Verteidigungskomitee und das ist dafür zuständig. Verteidigungsministerium. Und wie gesagt, diese Führung, diese Leitung ist Co, also das heißt alle haben das Recht dort teilzuhaben. Ich habe ein W SAF nicht in der Kürdischen Reganfläche unterstützt, aber das heißt nicht, dass die Kürden die Kürden mit der Kürden in der Kürden wird. Und das heißt, dass die Kürden die Kürden der Kürden und die Kürden den Kürden hat nicht. Die Kürden die Kürden in der Kürden und die Kürden-Anleute ist für die Kürden-Anleitung, Ich habe nur eine Frage, dass man sich nicht mehr anbieten kann. Nein, ich möchte etwas sagen, dass man sich ein Projekt der Rejovah Förderung hinterhert. Ich will nicht mehr sagen. Ich sage es, dass ich nicht mehr viel mehr als ein Projekt der Rejovah-Fraktion zu verhindern. Man muss sich nicht mehr verhindern, sondern man kann das Projekt der Rejovah-Fraktion nennen. So was ist das, 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 was ist das. Ich habe zur Unterstützung aufgerufen und wir rufen nach wie vor auf. Es heißt aber nicht, dass die Bevölkerung dort hungert. Selbst wenn wir Blätter von den Bäumen essen würden, würden wir überleben und unser Widerstand weiterleisten. Also daher geht es nicht darum, ob wir jetzt hungern oder nicht hungern. Vielmehr geht es darum, dass man Projekte dort kreieren soll, damit man Arbeitsplätze schaffen kann. Denn ist es bekanntlich und da lade ich alle Journalisten hier und woanders auch ein, dass sie kommen und sich auch ansehen, die ganze Zeit, als das Baselregime an der Macht war, hat nie Großprojekte in der Region kreiert und hat nie die Region wirtschaftlich unterstützt oder überhaupt in der Lage versetzen können, dass sie einigermaßen vernünftiges Leben führen können. Also zum Beispiel die Region Al Jazeera ist die sozusagen Kornkammer von Syrien, jedoch gab es nie ein Großprojekt bezüglich dieser Geschichten. Man hat Gesamtsyrien damit versorgt, jedoch keine Projekte in Al Jazeera durchgeführt. Die Region Afrin zum Beispiel ist die Region von Oliven und anderen Obstbäumen. Wir haben ca. 15 Millionen Olivenbäume dort. Es gibt jedoch kein einziges Projekt diesbezüglich. Das heißt, das Assad-Regime hat nicht versucht, dort Projekte zu kreieren. Mangel an Arbeitsplätze führt dazu, dass die Leute das Land verlassen, dass sie ins Ausland kommen, ob sie in die Türkei gehen oder nach Südkurdistan gehen oder nach Europa kommen, um ein bisschen Geld zu verdienen und ihre Familien vor Ort zu versorgen. Daher sage ich, wenn es ausreichend Projekte in Rojava gibt, dann wird keiner Rojava verlassen und ins Ausland fliehen brauchen. Die Versorgung bezüglich der Medikamente und medizinische Versorgung ist tatsächlich labil und gar nicht einfach. Also da haben wir schon größere Probleme, denn wir können von Aleppo oder von anderen Städten Syriens keine Medikamente und medizinische Geräte beziehen. Aus dem Ausland auch haben wir die Möglichkeit, nicht daher, dort haben wir richtige Probleme. Wir haben in dieser S 강atee, die es gibt in der Runde. Wir können die Runde ausfangen, die wir auf die Südkabarien leben und es gibt in der Runde, die wir bei der Runde sind. Wir haben viele Flüchtlinge, viele tausend Flüchtlinge, die aus anderen Regionen Syriens gekommen sind, ob es Araber oder Assyrer sind, die nach Rojava gekommen sind und diese Bevölkerung wiederum brauchen Medikamente, brauchen medizinische Versorgung und um sie zu behandeln und für sie auch die Möglichkeit zu verschaffen, an medizinische Behandlung zu kommen, fehlt uns nicht einfach und die Lage ist nicht einfach. Es hat mal eine humanitäre Unterstützung gegeben, die ist jedoch über Nusaibin gekommen und Nusaibin, das heißt der Grenzübergang Nusaibin wird vom Baat-Regime beherrscht und als diese humanitäre Unterstützung gekommen ist, unmittelbar darauf haben die Assad-Leute das genommen und für sich in Anspruch genommen, das heißt sie haben der Bevölkerung von Rojava gar nicht gegeben, nicht zukommen lassen. Daher ist unser Aufruf dazu, dass wir Grenzübergänge öffnen, die jedoch nicht unter Kontrolle des Assad-Regimes sind, sondern die Selbstverwaltung sollte diese Grenzübergänge kontrollieren, damit die Hilfslieferungen, die kommen, auch an die Bevölkerung kommt und nicht zum Assad-Regime weitergeleitet wird. Vielen Dank, an der Stelle ist vielleicht der richtige Platz für einen kurzen Werbeblock. Es gibt ein Projekt hier in Deutschland, unter anderem von Medico International, auch für ein medizinisches Projekt in Rojava. Hier liegen Flyer aus, das kann man direkt unterstützen. Ich würde vielleicht noch die Frage anschließen, die auch kam, warum Basani so agiert, wie er agiert. Was ist eigentlich der politische Hintergrund für Basani, das zu tun? Zuerst möchte ich über die Frage antworten oder die Frage beantworten, die besagt, was wäre, was ist denn mit den Minderheiten, was geschieht mit denen, wenn die Islamisten an die Macht kommen? Sollten diese Kräfte an die Macht kommen, dann wird der arabische, sunnitische, fanatische oder zumindest radikale der Bürger erster Klasse sein? Dann der arabische, sunnitische Muslim, der jedoch nicht so radikal ist, dann wäre das Bürger zweiter Klasse? Und die nicht-arabischen Muslime, dann wären die Bürger dritter Klasse? Und anschließend kommen die Schiiten? Und zuletzt dann die ungläubigen Christen? Und wir, die Christen, würden dann Tribut zahlen müssen, also Al-Jizia, was früher auch gezahlt worden ist. Derzeit zahlen auch die Leute in den Regionen, die unter Kontrolle von ISIS und Al-Nusra sind. Aber an sich, die wichtigere Frage ist, was ist denn dann mit den benachbarten Staaten, also mit den Staaten der Region? Was wäre die Situation der Kurden, also unserer Nachbarstaaten in irakisch-Kurdistan? Was ist mit der Türkei? Wie wäre deren Lage? Wie wäre die Situation dann in Jordanien, in Libanon und in anderen Nachbarstaaten? Es wird kein ermutigender Beispiel und Muster für die Region sein. Und ich glaube nicht, dass im Interesse irgendwelcher politischen Spieler ist, dass dieses Beispiel erfolgreich wird. Bezüglich der Ablehnung des Herrn Präsidenten Massoud Barzani für die Selbstverwaltung? Ich versuche mal zu analysieren, was die Gründe sein könnten. Dennoch möchte ich als Assyrer sagen, ich habe vollen Respekt vor dem Präsidenten Barzani. Und wir haben ihn unterstützt in seinem Kampf gegen den Saddam-Regime für die kurdische Bevölkerung. Jedoch könnten derzeit irgendwelche Konkurrenzkämpfe zwischen den jeweiligen Parteien geben. Und das könnte eher der Grund oder die Ursache sein. Und es könnten auch ideologische Unterschiede da sein. Und diese Verschiedenheiten können da der Hintergrund sein. Und er hat zum Beispiel das Projekt der Selbstverwaltung so kommentiert, dass es eine nicht einfach verständliche Sprache anwendet und er teilt Großkurdistan. Und selbst die syrische Opposition hat angenommen, dass wir Syrien in Teile zerlegen wollen. Und das Regime selbstverständlich denkt auch, dass unser Projekt gegen die arabische Nation ist. Und das heißt, die Auseinandersetzung ist über die Art und das System an sich, was wir für zukünftige Syrien wünschen. Unsere Absichten, unser Vorhaben ist weder ein nationalistischer Staat noch ein religiöser Staat. Wir wollen einen demokratischen Staat, einen vielfältigen Staat, in dem unabhängig von der nationalen Zugehörigkeit, religiösen, politischen und so weiter, jeder Bürger seine Rechte genießen kann. Deshalb vielleicht einige, nicht nur Herr Basani, selbst Masouda Basani, selbst vielmehr, auch viele in der Region könnten eine Gefahr in so einem Projekt sehen. Vielen herzlichen Dank. Wir sind nun schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ich würde sagen, zwei Fragen machen wir trotzdem auf jeden Fall noch. Sie hatten eine. Meine Frage ist es, also es sind zwei Fragen, die eine ist an Herrn Bassam und die andere an Herrn Saleh. Dieser Gesellschaftsvertrag, der da ist, wie ist Ihre Meinung? Wie sehen Sie es, ob es ein Musterbeispiel für Syrien, für zukünftige Syrien, für Nahen Osten eventuell, für die gesamte Region werden könnte? Was meinen Sie dazu? Und die andere Frage war an Herrn Saleh gestellt. Eure Beziehungen zu den Nachbarstaaten der Region, insbesondere zu Türkei? Und da war noch eine Frage und ich glaube, dann müssen wir leider Schluss machen. Die noch, doch, die Frage noch. Ich wollte die Lage der Äzidien in Rojava wissen Sie, ach so, Entschuldigung. Als du gesagt hast, wenn du die Äzidien in Rojava besagt hast, im Aya Chau-Sahn-Naka-Taybati-Berambari-Wan-Hai, also mit der Äzidien in Rojava-Wan-Hai, Gut, ich würde sagen, Herr Bassant fängt an. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ich glaube es wäre hilfreich wenn ich zuerst meine Aufgabe mache. Ich bin wirklich weder von der Seite A noch von der Seite B. Viele kennen mich. Deshalb bitte lasst mich meine Aufgabe erledigen und anschließend wer gegen wen was sagt ist euch freigestellt. Okay. Meine Aufgabe gebe ich aber keine. Ähm. 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 Ähm ... Ähm ... ähm ... Frau Sinan hat gesagt, was Kritik anbelangt. Wir sind offen. Für jede Art von Kritik, ausnahmslos, ähm ... sind wir offen und nehmen wir auch an. Ähm ... hinzu kommt es, dass wir tatsächlich heute in einer Ausnahmesituation sind. Äh. Diese Ausnahmesituation tatsächlich führt dazu, dass wir auch hier und dort Fehler machen. Also es ist nicht so, dass wir fehlerfrei sind. Wir haben allerdings alle politischen Kräfte dazu aufgerufen, mitzuwirken, mit daran teilzuhaben. Wir haben die gebeten, ihre konkreten Vorschläge, ihre konkreten Ideen zu bringen. Wir können davon nicht reden, dass wir keine Fehler machen, dann, wir haben keine Erfahrung, von keiner Erfahrung kann man nicht was Neues gründen, ohne Fehler zu machen. Diese Fehler, die wir machen, sind basiert darauf, dass wir Mangel an Erfahrung haben, dass wir zuvor nichts hatten, darauf zu bauen. Daher entstehen diese Fehler und wir versuchen, aus unseren Fehlern zu lernen. Das heißt, wenn wir darauf hingewiesen werden, welche Fehler wir gemacht haben, versuchen wir daraus zu lernen und wir korrigieren auch unsere Fehler. Wir rufen alle dazu auf, zu partizipieren, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, im Bildungsbereich und im Sicherheitsbereich. In allen Bereichen rufen wir doch dazu auf, mitzumachen und daran teilzuhaben. Nicht jedoch in Hauler zu sitzen, zu beobachten und zu sagen, dort macht ihr Fehler oder im Ausland zu sitzen, nichts zu tun und für nichts zu tun, nur Kritik auszuüben. vom Arabischen fliehen, auch noch 3, weil wir nicht mehr wissen, wir haben viele kurde und verstände etwas zu tun, die Anstazie gesagt haben, wir haben ihn mit dem Anstazien, die wir im Naktien, mit dem Naktien, welche kommen wir, und wir sind uns nicht bereitstellen, aber wir leben in einem anderen Zeitpunkt, aber wir leben in einem Zeitpunkt, der Zeit in einem Zeitpunkt ist, und wir haben in der Zeitpunkt, Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. Kann ich etwas Kürzes hinzufügen, sagt Herr Bassam? Ja, gerne und vielleicht auch die Frage nach den Jesiden beantworten. Er hatte an sich die Frage nach den Jesiden an die Nichtchristen, weil er sagte, ich bin auch eine Minderheit. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ja, ich kann nicht die Frage nachdenken, aber ich kann nicht die Frage nachdenken. Wir sehen uns in einem Zeitpunkt, wir leben in Sürich, und das ist nicht so einfach, was wir leben. Aber wir sehen uns alle Menschen, die Menschen sind. Wir sehen uns heute, die Menschen sind, die Menschen sind. Und wir sehen uns alle Menschen, und wir sehen uns alle Menschen, Es ist ein wichtiges Thema. Ich möchte das, was Frau Sinam gesagt hat, wir betonen, wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Es ist tatsächlich eine Ausnahmesituation und diese Ausnahmesituation bringt mit sich auch Fehler. Es heißt nicht, dass Fehler zulässig sind oder dass Fehler irgendwie unter den Tisch gekehrt werden. Vielmehr ist es so, wenn man sich in dieser Situation befindet, zwangsläufig kommt es zu Fehler. Dann, wir leben in einer Region, wir leben in einem Bereich, wir haben in einem Staat gelebt, das uns lediglich beigebracht hat, wie man Leute foltert, wie man Leute unterdruckt, wie man terrorisiert. Wir haben gelernt, wie man Leute in Kerkern steckt. Fünf Dekaden lang haben wir nichts anderes von diesem Staat, von diesem System gelernt, außer undemokratische Verhältnisse, Menschenrechtsverachtungen und so weiter. Jetzt, wo wir dabei sind, ein Muster oder eine Erfahrung auf die Beine zu stellen, die eine neue Kultur herbeirufen kann beziehungsweise gründen kann, eine Kultur des Zusammenlebens und sich Verstehens, da sind wir hoffnungsfroh, dass das vorangehen kann. Vielen Dank. Das Schlusswort für heute Abend hat Gash. Salah, auch guten Tag, Daui, Janabe Wadkadi. Vielen Dank. Vielen Dank. Bezüglich der Frage der LZD möchte ich mich nur kurz fassen. Ich glaube, es kann keine große Diskussion über die Esidis geben, denn die Esidis sind Ursprung der Kurden, des Kurdentums sind die Esidis. Daher, die Esidis werden dort verteidigt, die werden geschützt und die genießen volle Souveränität beziehungsweise volle Unterstützung. Wir werden sie nicht nur mit unseren Waffen, sondern auch wir werden sie mit Licht unserer Augen schützen. Und daher gibt es keine Diskussion über dieses Thema. Ich danke Ihnen allen, dass Sie zahlreich hier erschienen sind. Ich danke Ihnen allen, dass Sie diese Unterstützung haben uns gewährt. Ich wäre sehr froh und glücklich, wenn bei dem nächsten Besuch, wenn die Leitung der Selbstverwaltung hierher kommt, mehr Unterstützung aus der Region aus hier auch mitnehmen kann und erfahren kann. Und nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle, die den weiten Weg hierher gemacht haben. Für mich war es heute Abend super spannend. Es ist nochmal ein ganzer Schritt weiter im Vergleich zum Januar, als ich in Rojava war. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, entweder hier oder in Rojava oder wo auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn Sie auch in Rojava oder in Rojava waren, Vielen Dank.